Du hast den Versuch gesehen? Hier findest du die Erklärung dazu. Schauen wir uns zunächst nochmal die wesentlichen Beobachtungen an. Wie man sieht, ändert der Universalindikator beim Vermischen der Lösungen die Farbe. Mit etwas hin und her kann man so eine grüne Lösung erhalten. Doch warum ist die Lösung plötzlich neutral? Das können wir am besten auf Teilchen-Ebenen nachvollziehen. Dazu schauen wir uns zunächst die Teilchen an, aus denen die Stoffe aufgebaut sind. Die Natronlauge ist eine wässrige Lösung, die Natriumionen und Hydroxidionen enthält. Die Salzsäure besteht aus Oxoniumionen und Chloridionen. Treffen die beiden Lösungen aufeinander, dann passiert folgendes. Die Reaktionsgleichung sieht daher wie folgt aus. Die Reaktionsgleichung sieht daher wie folgt aus. Das Oxoniumion gibt ein Proton, also ein H-Plus-Ion, an das Hydroxidion ab. Dadurch entstehen zwei Wassermoleküle und wenn das Verhältnis der Hydroxidionen zu den Oxoniumionen genau 1 zu 1 ist, dann erhält man eine neutrale Lösung. Wie gesehen ist das gar nicht so leicht zu erreichen. Die Natrium- und Chloridionen verändern sich während der Reaktion, wie man sieht, nicht. In Summen formeln sie die Reaktion wie folgt aus. Na-Plus-OH-Plus-H3O-Plus-Cl-Reagiert zu 2H2O-Plus-Na-Plus-Cl-Minus. Also Natronlauge und Salzsäure, wenn die Hydroxidionen und die Oxoniumionen im Verhältnis 1 zu 1 vorliegen, reagieren zu Wasser und zu einer Natriumchloridlösung, also einer Kochsalzlösung. Dass die Reaktion exotherm verläuft, kann durch ein Plus-E auf der rechten Seite verdeutlicht werden. Jetzt bleibt eigentlich nur noch eine Frage offen. Oder? 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 Untertitelung des ZDF, 2020